Ja, Gratulation. 4 zu 0. Sieg, dein erstes Tor. Was war denn das für ein Gefühl heute? Unbeschreibliches Gefühl. Also ich glaube, besser konnte es gar nicht laufen. 4 zu 0 Sieg, Tor gemacht, super Mannschaftsleistung. Ich glaube, wir können richtig stolz sein. Wie war denn für euch die Situation vor dem Spiel? Habt ihr irgendeinen Druck gespürt? Nee, Druck nicht. Aber ich fand einfach, man hat vor dem Spiel schon gespürt, da ist was. Ich hatte auch persönlich das Gefühl, ich treffe heute. Umso glücklicher bin ich, dass es auch geklappt hat. Aber noch wichtiger war einfach, dass wir nach der letzten Woche, wo man schon gemerkt hat, okay, da ist Feuer in der Mannschaft, da ist Leben in der Mannschaft nach dem Derby, haben wir uns einfach für die harte Arbeit belohnt heute mit drei Punkten und einfach ein super Spiel hingelegt. Was bedeutet das jetzt für euch? Weitermachen. Ganz einfach. Zwei Wörter. Weitermachen. Nichts anderes. Weiter hart arbeiten, nach der Länderspielpause wieder angreifen und dann Step by Step. Okay. Und dann wird das direkt dran gespart.